Liebe Fans draußen, ich hätte euch sehr, sehr gerne hier bei der Noventi Open, vermisse euch auf den Zuschauerrängen und ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder sehr, sehr viele Leute da sind und bei meinem Heimturnier hier, dass ich genug Unterstützung bekomme und dass wir alle Spieler, ja, viele, viele Leute hier haben, die uns anfeuern. Es ist wirklich so schade, hier vor leeren Rängen zu spielen, aber ich hoffe, dass nächstes Jahr besser wird. Vielen Dank für die Unterstützung auch vom Camper.